Wir alle wollen das Klima retten. Klar, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Einige von uns kleben sich dafür auf die Straße, um den Autoverkehr zu verhindern. Andere fahren auf Festivals und verursachen jede Menge Müll und CO2. Unsere Generation steckt voller Widersprüche. Und dann springt auch noch die Bild-Zeitung auf mit Schlagzeilen wie Klima retten, aber nicht bei Open-Air-Festivals. Ich frage mich ja, geht denn das überhaupt? Kann man ein Festival nachhaltig gestalten? Und wenn ja, was kostet das? Vorher muss ich aber erstmal rausfinden, wie schlimm es wirklich ist. Ich bin hier auf Puch in Sachsen-Anhalt. Das ist eine Halbinsel. Und hier feiern über Pfingsten 30.000 Leute das Sputnik Spring Break Festival. Ach so, kurzer Disclaimer. Dieses Festival hier ist übrigens eine Kooperation des MDR, der hier auf dieses Video produziert hat. Das heißt, wir kissen uns gerade ein bisschen selber ans Bein. Beim Sputnik Spring Break dürfen die Autos mit aufs Festivalgelände. Erster Umweltfaktor? An- und Abreisen. 90 Prozent der Leute sind im vergangenen Jahr mit dem Auto gekommen. Ich finde das echt krass viel, aber zugegeben, es ist halt auch einfach bequem. Warum habt ihr euch dafür entschieden, mit dem Auto zu kommen und nicht zum Beispiel mit der Bahn oder mit dem Bus? Weil wir da vor einer Woche in Malle waren. Mit dem Auto? Also das Auto stand in Leipzig am Flughafen und dann sind wir Freitagmittag irgendwann hierher gekommen. Ich komme aus dem Nachbarort und hier fährt der Bus kaum. Das Ticket fürs Auto kostet außerdem extra. 30 Euro kommen dazu. Dabei könnte jeder mit dem 49-Euro-Ticket und dem Shuttle-Bus günstig herkommen. Der holt nämlich die Leute am Bahnhof in Bitterfeld ab und bringt sie gratis bis auf den Campingplatz. Mit wie vielen Autos seid ihr dann angekommen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und der rote gehört auch noch dazu. Nee, wir sind 13 und ein Wohnwagen. Wer kommt mit dem Auto, wer fährt mit der Bahn? Keiner. Keiner? Miese Bilanz. Warum nicht? Na, weil wir alle ein Auto haben. Was müsste denn passieren, damit ihr sagt, komm, ganz umweltfreundlich mit Bus und Bahn? Wenn die anderen alles mitbringen. Leider ist das so, ja. Man kann einfach mehr mitnehmen mit dem Auto. Ich habe gehört, du bist mit der Bahn und mit dem Bus angereist? Ja, genau. Ich höre mir zu viel Stress, mit dem Auto herzukommen. Auch wegen Umwelt natürlich. Bei der An- und Abreise sieht es beim Thema Nachhaltigkeit nicht so gut aus, aber es wird besser. Früher saßen im Stück nämlich nur zwei Menschen im Auto, jetzt sind es mittlerweile drei. Das war's schon? Ja! Ja! Festivals als Klimakiller? Das habe ich mir mal genauer angeschaut und einige erschreckende Zahlen gefunden. Auf dem Sputnik Spring Break hat 2019 vor Corona jeder Besucher im Schnitt 6,6 Kilogramm Müll produziert. Jeder Dritte lässt hier sein Zelt stehen. Von 2014 bis 2019 hat sich der Müll auf Festivals verdreifacht. Wie sich das nach der Corona-Pause langfristig weiterentwickelt, wissen wir noch nicht. Während Greta Thunberg also die Leute auch fordert, die Umwelt zu retten, machen wir sie weiter kaputt. Hallo! Auch CO2 wird massenweise erzeugt. Wie schon erwähnt, kommen die meisten mit dem Auto zum Festival. Erschreckend ist, wie weit sie damit anreisen. Eine Studie hat herausgefunden, dass ein Prozent der Deutschen nur zu lokalen Festivals fährt. 16 Prozent würden durch ganz Deutschland fahren. Und ganze 39 Prozent würden sogar ins europäische Ausland reisen. An- und Abreise machen 40 Prozent der CO2-Belastung aus. Dazu kommen Auf- und Abbau, Dieselgeneratoren für den Strom, Essen, Trinken und Toiletten. Pro Kopf werden im Schnitt rund 50 Kilogramm CO2-Emissionen pro Tag rausgehauen. Normal sind 26,6 Kilogramm. Das ist also fast das Doppelte. Mit dem Thema beschäftigt sich Holger Jan Schmidt von der Europäischen Festivalvereinigung. Sie arbeitet seit 30 Jahren im Festivalbereich. Ja, ich frage einfach mal ganz plump, wie nachhaltig sind denn Festivals? Gibt es da schon Verbesserungen? Das Thema ist in den letzten 20 Jahren ja aus der Nische herausgekommen. Und man kann ein Festival überhaupt nicht mehr ohne einen entsprechenden Plan auf die Beine stellen. Wie wichtig ist den Leuten auf Festivals dann Nachhaltigkeit? Das gibt halt eine gewisse Diskrepanz zwischen der Attitüde und dem tatsächlichen Verhalten. Irgendwann ist man zu bequem, hat es irgendwie immer schon so gemacht, hat ein Bier zu viel oder was auch immer. Das hat dann am Ende natürlich Auswirkungen aufs Verhalten. Auch beim Spring Break gibt es ein echtes Müllproblem. Letztes Jahr haben 30.000 Besucher 200 Tonnen Müll verursacht. Räumt ihr das dann auch alles wieder auf oder lasst ihr das so liegen? Ehrliche Antwort. Also ehrlicherweise, wir haben vor, es noch aufzuräumen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Also nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Wir sind auf dem Festival, mitten auf einer Halbinsel, in der Natur und da hinten steht ein Sofa. Ah, wie im Möbelhaus hier, herrlich. Ich frage mich, was passiert mit dem Ding, wenn das Festival vorbei ist? Ich frage mal nach. Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Was passiert mit dem Sofa, wenn ihr hier fertig seid am Montag? Immer wo der Mitte unser Proberaum. Sehr vorbildlich. Also das Thema Nachhaltigkeit ist für dich wichtig? Sehr wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt. Es gibt aber immerhin Ideen, den Müll zu reduzieren. Man kriegt nämlich zum Beispiel am Eingang solche Müllbeutel hier, wenn man 5 Euro Pfand hinterlässt, kann man die gefühlt am Ende des Festivals wieder zurückbringen. Nachhaltige Festivals. Was kostet der ganze Spaß denn nun? Rechnen wir es einfach mal durch. Beispiel Bremi Nale. Eines der größten Festivals. 200.000 Menschen waren da im vergangenen Jahr. Durch ein Mehrwegsystem wurden 100.000 Einwegteller und 140.000 Becher eingespart und 8,6 Tonnen CO2 vermieden. Alles einfach nur durch ein Tanzsystem. Und da das Festival ohnehin kostenlos ist und kostenlos bleibt, gab es null Mehrkosten für die Besucherinnen und Besucher. Beim Roskilde Festival in Dänemark wurden 2019 noch 160.000 Liter Diesel verbraucht, um Strom zu erzeugen. Seitdem hat man das Festival zu großen Teilen ans Stromnetz angeschlossen. Die Folge? Der Dieselverbrauch hat sich halbiert. Mehrkosten für die Besucherinnen und Besucher auch hier null. Toiletten. Zurück beim Sputnik Spring Break. Zugegeben kommt ein bisschen unangenehmes Thema, aber es muss sein. Die Dachkatastrophen machen. Ja, die sind auch eklig. Und rein mit dir. Komm rein. Man sieht alle Arten von Ausscheidungen. Es ist unappetitlich. Niemand möchte da reingehen. Das stimmt. Deswegen geht man am besten neben das Auto. Nicht überall gibt es Wasseranschlüsse und dann müssen eben solche Chemiedinger hierher halten. Da ist Formaldehyd drin und anderes giftiges Zeug. Umwelt belasten ist das auf jeden Fall. So, der ganze Kram muss hier hingekarrt werden und natürlich auch entsorgt werden. Nachhaltig geht so. So, ich habe jetzt ein paar Eindrücke bekommen, aber jetzt wollen wir mal Tacheles reden. Und deswegen habe ich mich jetzt verabredet mit Uwe Oertel hier vom Festival. Uwe, könnte man so ein Festival wirklich auch komplett nachhaltig machen? Es gibt ja immer so Festivals, die sagen, sie sind selbst nachhaltig. Das Festival an der Stelle, wo wir jetzt hier sind, auf dieser Insel, wo kein Strom anliegt, kein Wasser anliegt, in dem Sinne, also nur zu gering, wird das nicht funktionieren. Man könnte doch sagen, Jut, das wird jetzt auf jedes Festivalticket umgerechnet, weil das ist euer Müll, liebe Leute. Das könnte man natürlich machen, ohne Zweifel. Wir erzeugen natürlich auch Müll, aber man könnte natürlich sagen, was kostet, welcher Anteil hat die Müllentsorgung, welcher Anteil hat die Aufräumarbeiten an eurem Ticket. Prozentualität kann man natürlich machen, ja. Wird das deutlich teurer werden? Ich glaube, deutlich teurer wird im Verhältnis nicht so. Müllentsorgung ist teuer, aber in dem Zusammenhang, was die Kosten sind für Künstler, für die ganzen Aufbau und für die Bühnen, hält sich in Grenzen. Beim St. Gallen Open Air in der Schweiz hat man An- und Abreise optimiert. Dort hat man einfach die Zahl der Stellplätze reduziert und erhebt eine Stellplatzgebühr von umgerechnet etwa 60 Euro. Außerdem bekommen die Festival-Teilnehmenden 50% Rabatt auf alle Bahntickets. Das Ergebnis, 88% verzichten auf die Anreise mit dem Auto. An der Stelle muss ich jetzt allerdings sagen, 60 Euro ist ein Aufschlag von 21% auf den Ticketpreis. Für Leute mit kleineren Einkommen ist das jetzt ganz schön heftig, finde ich. Solche Umweltmaßnahmen können Menschen von Teilhabe ausschließen. Und wir sollten uns ehrlich gesagt überlegen, ob und wie man sowas sozial abfedern kann. Wie wirkt sich so eine nachhaltige Gestaltung auf die Ticketpreise aus? Und das bespreche ich jetzt mit Nora Fuchs. Sie ist eine der Veranstalterinnen von St. Gallen Open Air. Wie kommen die Maßnahmen jetzt bei den ganzen Besucherinnen und Besuchern an? Gibt es da Beschwerde oder Lob? Zu Beginn gab es schon da und dort auch mal Beschwerden. Gerade als wir zum Beispiel die Menge an Trinkflaschen reduziert haben, die ins Gelände eingeführt werden dürfen. Aber inzwischen sind die Maßnahmen gut akzeptiert. Wie teuer sind denn die ganzen Maßnahmen? Wir weisen einfach im Ticketpreis auch aus an unser Publikum, dass wir drei Franken wie in einen Fonds nehmen im Ticketing. Das gibt dann einen schönen Pot, wenn man drei Franken auf diese 30.000 Tickets auch nimmt. Und da kann man einiges schon bewirken. Okay, also für nur drei Euro, in diesem Fall etwa ein Prozent des Ticketpreises, lässt sich ein Festival deutlich nachhaltiger machen. Und zum Schluss wollen wir natürlich nochmal einen kleinen Test machen, wie wichtig den Leuten Nachhaltigkeit wirklich ist. Und dazu sollen sie jetzt abstimmen. Ist schon wichtig. Na ja, dann stimme ab und werf rein. Wie sieht es bei dir aus? Ist das wichtig oder nicht? Ist das was, wo du drauf achtest? Ja. Dann stimme ab. Ist ja ein Blödsinn. Das Ticket, was wir bezahlen, ist eh dafür da, dass der Müll aufgeräumt wird. Okay, ist doch völlig fair. Cool. Also ich würde sagen, die Abstimmung war eindeutig. Fast alle haben ihren Ball da reingeworfen, wo draufsteht, ja, Nachhaltigkeit bei Festivals ist ihnen wichtig. Zum Schluss schauen wir nochmal nach, wie es nach dem Sputnik Spring Breakdown aussah. Bitte. Tja, Leute, was soll ich sagen? Wir haben dort jede Menge Sofas gesehen. Kühlschränke, Zelte, normalen Müll. Sogar CD-Sammlungen haben die Leute dagelassen. Wer zum Teufel hat heutzutage noch CD-Sammlungen? Und warum lässt man die einfach auf dem Acker zurück? Die Leute, die den Dreck dort weggemacht haben, haben uns erzählt, dass es genauso schlimm war, wie in all den Jahren zuvor. So Leute, jetzt lasst diese Bilder einfach mal auf euch wirken. Findet ihr das in Ordnung, was auf Festivals passiert? Schreibt es mal gerne in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Achso, und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.